Herzlich Willkommen nochmal zu diesem Unboxing von Shiny Legends. Ja, ich habe es aufgenommen. Was ist? Kurz angehalten. Buff! Auf jeden Fall. So sehen die Packs aus. Das Mew ist ein bisschen Shiny-mäßig. Und ich zeige euch jetzt einfach nur die Glitzerkarten, beziehungsweise zuerst die Karten für mich, die wertvoll sind, weil ich ja die 151 vollkriegen will. Und so habe ich jetzt noch ein Voltoball, ein Achrobock, ein Retan, ein Bisa-Flor, ja, wie soll ich sagen, Bisa-Flor und Bisa-Knosp. So rum. Entschuldigung. Genau. Und Rosana. So. Und ich zeige euch jetzt die Glitzerkarten nochmal. Mal Lugia. Entei. Raiku. Und dann irgendwelche anderen Genese-Tag oder wie der heißt. Marshadow. Irgendein anderes Elektro. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Mich nervt das und kotzt das gerade wirklich an. Ach ja, hier noch ein Latios oder wie sich das nennt. Ähm. Arkheus, das dürfte sogar sein. Dass man das aufnimmt und dann auch immer das passiert. Aber okay, das ist nicht schlimm. Wir zeigen das so. Es geht ja vorwiegend um die Glitzerkarten. Also man kennt das ja nun schon, ne? So. Jetzt beim zweiten. Ich lasse es laufen und schneide es dann raus. Die Pause. Ehrlich. So. Und, ähm. Die ganzen Karten müssen ja mittlerweile massig. Es ist mittlerweile wirklich brutal, was da an Karten zusammenkommt. Und deswegen, ähm, tue ich die jetzt hier alle rein. Und dann muss ich gucken. Die Kiste. Ja. Ansonsten, ähm, kurz dazu, zu dem Booster-Pack nochmal. Das kostet zu 17 bis 20 Euro. Das ist ganz günstig. Deswegen, also ich kann es nur empfehlen. Und hier haben wir dieses wunderschöne Pappding, was ich keine Mensch brauche. Und, äh, eine Lunchbox, die ich gerade leicht zerkratzt habe. Aber das ist nicht schlimm. Mit Mew, Pikachu und, äh, Mewtwo, Genese Attack und, oder wie das heißt, und noch ein anderes. Und zwar ist es eine Lunchbox. Mit Mew, das sieht doch cool aus, oder? Mit Mew, Latios und Latias. Genau, so. Und ich habe zweimal Latios gezogen. So, wir brauchen das aber nicht zu zeigen. Wow. So, die fünf Booster, die machen wir gleich auf. Sogar Stifte mit da drin, okay. Ach, Aufkleber, okay. Okay, okay. Sogar Stifte mit Mew. Also jetzt mal. Also ich wiederhole das nochmal. Ja, also hier haben wir auch noch Mew und Pikachu als Sticker. Und, äh, ein Schreibkatalog. Aber ich wundere das gerade, weil, online stand da, eine Riesenmappe. Da habe ich mich schon gefreut. kenne ich auch noch von früher. Äh, ja. Für, ich glaube, 20 Karten passen da rein oder so. naja. Komm halt ein paar japanische rein. So, und hier haben wir Shiny Legends Karten fünf verschiedene Packs mit Mew, Mewtwo und hier hat diesen komischen. und, ähm, das ist schon mal gut. Oh, 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 Latios und dieses, äh, Plus. Ne, noch. Okay, ihr seht jetzt hier Trainerkarte und, äh, den Code gibt es für euch nicht, wie andere das machen. Och, man. So, und es sind halt die gleichen, gell? Ja, ja, es ist jetzt nicht so, wir haben noch einen Retan in Englisch, noch einen Pikachu, ein Rosanna, so ein Damage-Bach, holy shit, holy shit. Seht ihr das? Ich habe einen Mewtwo GX. Holy shit. Ich kann das Mew wegschmeißen, äh, Mewtwo, die Kopie. Und noch ein Englisches Bisa-Floor. Holy, ohne Scheiß, das ist hart. Jetzt haben wir Mew aus dieser einen Legend-Tragung. So rufe ich ja noch die. Wow, wow, ehrlich. das, äh, das ist, äh, krass, ja. Ein Vollkroner. Und noch ein N-Tay in der GX-Version, aber in Englisch. Holy shit, Mist, also rockig, ohne Mist hier. Wow. Das Mew machen wir zuletzt, wir machen das Mewtwo auf hier. Also jetzt, jetzt bin ich wirklich gehypt. Also, Rethan. Energie. Und ein Kulido. Trainer. Wow. Das ist das letzte Pack. Wow. Wie war denn das? Das ist viertel oder so, ne? Oh, ich bin nicht mega nervös. Okay. Na ja, los geht's. Eine Energie. Und, äh, es dürfte Darkrei sein, ne? Energie. Die Nachentwicklung von Flamio und eine Trainerkarte. Wow. Also wirklich holy, holy shit. Wow. Also ich bin, ich bin geflägt, ohne Scheiß. Das ist echt krass, gell? Sieht man's? Mewtwo in der GX-Variante. Wow. Ja. Das ist das Unboxing. Ähm, die ganzen Karten, die kommen nämlich jetzt da rein. und, also die Rethanen und sowas und diese ganzen Klitzerkarten, ja, die kommen dann hier in dieses Wunderschöne. Wir können's ja nochmal, äh, durch. Das sind eins, zwei, drei, vier, oh, fünf, sechs, sieben, acht, ach, das sind 16, also ungefähr, ach, 16, steht das hier drauf? Nee. Na ja, dann sind es 8, 16, ähm, 32 Karten, die hier wahrscheinlich reinpassen. Äh, finde ich ein bisschen niedlich, okay, ein bisschen klein, aber da kann man ja auch ein paar Karten reintun, vor allem die doppelten und sonst was, die halt Glitzer sind, wie dieses Latios, Latias und sowas ist auf jeden Fall mega geil. Das war's, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns auf jeden Fall zu einem anderen Unboxing nochmal irgendwann wieder. Wann es eins geben wird, weiß ich nicht, außer die Loot Chests und so, das ist ja klar, und den Adventskalender. Bei Pokémon, wie gesagt, da fehlen noch die zwei, ob es jetzt nochmal eins geben wird, weiß ich nicht, weil jetzt ist momentan erstmal keine anderen Karten in Aussicht. Das war jetzt erstmal das, was ich mir so vorgenommen habe und, ähm, ansonsten mal gucken, wenn es wieder irgendwas Schönes zum kleinen Schnapper gibt, dann auf jeden Fall und ansonsten vielen Dank, bis dahin und tschüss.